Okay. Mit A. Farhana mit A, okay, da bin ich echt schlicht, glaub ich. Es geht ja richtig gut los. Alonso. Äh, Alonso. Alonso. Andretti, Mario. Weiß ich nicht. Alonso, oh mein Gott, Fernando Alonso. Wie ist er mir entgangen? Brabham. Gerhard Berger. B steht für Badouéa-Luca. Bottas. Brabham. Rums Barichello. Äh, Tinsch. Es gibt. C steht für... Da muss ich tatsächlich nachdenken. Okay, jetzt wird's schon problematisch. Äh. Nee, machen wir weiter. Max Chilken. Cooltart, David. Cooltart. Clark. Jetzt ist ihm Clark. Okay. Äh, ja, nee. Äh, geht nicht, Formel 2? Da gibt's nämlich Dabuvala zufällig. Das nehm ich nicht. Wahnsinn, wie schwer man sich da tut. Ähm. De La Rosa. Äh, De Cesaris Andrea. Ich hatte jetzt Anthony Davidson gesagt. Pedro De La Rosa. Äh, nö. E steht für... Das hat gesagt, kein Zeilemender, dann nehme ich mir mal kurz. Eine Minute. Ich hab ihn in jedem shoppen einnen können. Ericsson, Markus, Markus. Ericsson. Markus, Ericsson. 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 Fangio. Giancarlo Fisichella. Fittipaldi, Emerson. Farina. Fittipaldi. Fangio. Nee, skip. Äh, GGG. Roma Grosjean. Mach mal kurz G, ich möchte kurz Grosjean nehmen. Grosjean. Gasly, Pierre. Gutierrez. Nico Hülkenberg. Hülkenberg. Damon Hill. Häckinen, Mika. Häckinen. Hülkenberg. H für Lewis Hamilton. Schade, dass Iwasa noch in den Junior Categories fährt. I, I. Nee, weiter. Okay. Zählt Callum Islet da dran? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich komme bei mir nicht drauf. Nee, dann weiter. Yuji Ide. Fairvine, Eddie. I ist, äh, Ide. Ähm, äh, nee, weiter. Ganz ehrlich. Hm. Oh. Das heißt, ich habe gerade einen Vornamen im Kopf. Wait. Äh, ich habe einen, glaube ich, hoffe ich. Ich nehme an, Aiden Jackson ist keine valide Antwort. Äh, Stefan Johansson? Ah, Alan Jones, stimmt. Ich weiß, dass es einen Johansson gab. Ja, ich, ich weiß vom Gefühl her, dass es auf jeden Fall einer relativ, äh, oder verhältnismäßig wie sind, die gefahren ist, aber ich, ne, ich komme nicht drauf. Äh, nee, K auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass der japanische Fahrer mit K anfängt. Der ehemalige Kobayashi? Namui Kobayashi. Äh, K haben wir. Fiat. Äh, K, Heiky, Kovalein. Äh, Leclerc. Atifi. L? L habe ich noch nicht. Leclerc. Oh mein Gott. Leclerc. Leto, JJ. Lauter. Ich will eben, ich suche mir eben noch einen anderen, ja. Ich habe schon einen, aber ich suche mir noch einen anderen. Magnussen. Hey, komm, ich will jetzt eh keinen, ja, ähm, Mazepin, Nikita. Äh, nehmen wir Magnussen. M ist Nigel Menzel. Magnussen. M war man, ne? Magnussen. Okay, ähm, aber ich komme mal auf keinen, ne. Norris. Äh, N Nakajima. Mit N gibt es Nakano Shinji. Okay, ja, dann Norris nehmen wir noch. Norris. Oh. Ne, Deuteronie. Wie warten wir es denn? Will fällt mir bei Unglaub ja auch nichts ein. Leider nicht. Ähm, Ocon. Ocon Esteban. Ocon. Ne, weiter. Ocon. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein zweiter Vorname von Pablo, oder? Pablo Montoya ist der PP, nicht so viel als der zweite Nachname, als der erste Nachname. Ja. Peres. Anis Olivier. Pique. Vitali Petrov. Peres habe ich noch. Peres. Ja. George Russell. Rosberg. Hat lang gedauert. Russell. Russell. Rosberg. R steht für Russell George. S. Schumacher. 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 Äh, wir machen Schumacher. Einen von denen. Michael Schumacher. Bin ich langweilig Schumacher. Ne, weiter. Ah, ja, AlphaTauri. Ähm, ja. Ähm. Äh, wir fahren die mit Gasly G und Tsunoda T, ja. Versuchen wir es mal mit Tsunoda. Äh, Trolli. T. Takage Toranosuke. Tsunoda. Mein Gott. Der kleine Kerl. Fettel. Fettel. Verstappen. Jos. Fettel. Verstappen. Sebastian Vettel. Verstappen. Ich hab keine Ahnung. Ne, Fettel. 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 Weber. Mark. Äh, but, 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 äh. Pascal Verlein. Tsunoda. Ja, hab ich vorhin schon überlegt die ganze Zeit, weil ich weiß, es gab Anfang der 2000er bei Minadi ein, jetzt muss ich nur auf den Namen kommen. Teamkollege von Mark Webber nämlich, 2002. Ja, einfach direkt skippen. Ja, das Y-Milch gibt, dachte ich mir fast, aber ob ich draufkomme, ist die andere Frage. Ein, den ich noch nie gehört habe bei Y-Zillan. Ne, kommen die drauf. Ne, mir fällt es nicht mehr rein. Alex Jung. Yamamoto. Z. Aber Z kannst du schon mal Guan Yu-Zho reinmachen? Äh, zählt Guan Yu-Zho? Äh, Joe. Guan Yu. Bei Z sag ich, logge ich schon mal Joe ein. Ich weiß gar nicht, ist das, heißt er bei euch Guan Yu? Oder heißt er bei euch Joe? Sontar, Ricardo.